Moin zusammen, willkommen zurück, mal wieder mit einer Runde Angular und wir wollen uns heute angucken, wie wir das Ganze bilden. Wir wollen uns auch angucken, was der Unterschied zwischen Build und dem Surf ist. Das heißt, ich habe hier übrigens mal wieder Visual Studio Code ausgepackt, weil meine Lizenz abgelaufen ist von PHPStorm. Bitte nicht flamen, ich habe euch auch dazu noch ein extra Video in natürlich diese wunderbare Playlist reingepackt. Und ja, wir wollen uns hier mal erstmal angucken, was eigentlich NG Surf tut. NG Surf tut erstmal folgendes, das hier ist wirklich nur die grundlegende App, die wir so haben. Also wir haben im Endeffekt wirklich nichts, oder ich habe wirklich nichts dran gemacht. Das ist einfach nur quasi der Standard und das reicht uns auch völlig, zum uns das angucken. Und wenn wir uns das jetzt öffnen im Browser, sieht es so aus. Das sollte für euch nichts Neues sein, aber wir haben jetzt einen großen Unterschied. Und zwar, wenn wir jetzt hier irgendwas ändern, sagen wir mal, was wollen wir denn ändern? Wir wollen hier vielleicht mal die Komponente ändern. Ähm, Tour of Chefs. So, und ich speichere das Ganze und ihr seht, es wird instant neu gebildet. Und hier steht schon, ohne dass ich neu laden muss oder sonst irgendwas tun muss, Tour of Chefs. Und das ist ziemlich geil, denn ja, so können wir wunderbar schnell irgendwelche Sachen uns angucken oder sowas. Vor allem, wenn ihr mehrere Bildschirme habt, ist das wunderbar. Da könnt ihr auf dem einen Bildschirm coden, das ist der hier und auf dem anderen Bildschirm habt ihr einfach die fertige App und könnt euch quasi immer eure Änderungen sofort ansehen. Das ist sehr, sehr cool, aber natürlich ein bisschen langsamer, weil eben jedes Mal hier gewatcht wird, ob sich am Code irgendwas ändert. Und das heißt, das ist sozusagen der große Unterschied. Man watcht, also man schaut zu. Das heißt tatsächlich so. Ähm, und jetzt der Unterschied ist, wenn ich jetzt hier ng-build-prod mache, dann wird das Ganze wirklich sozusagen so schnell wie möglich zusammengefasst. Die Artefakte werden alle in ein separates Verzeichnis gesteckt und ich kann das dann dort quasi ausführen. Ah, Sekunde, das dauert ein bisschen. Aber es wird eben nicht zugesehen sozusagen. Und wir haben jetzt hier oben ein neues Verzeichnis, das nennt sich dist. Und das ist das, was wir hier wirklich ausgeben wollen. Das ist jetzt einfach nur noch die HTML-File. Und, ähm, ja. Gut, ähm, wir schauen uns mal ganz kurz an, was das eigentlich so getan hat. Ich meine, schaut euch mal an, was hier alles passiert ist. Wir haben hier nur noch drei JavaScript-Dateien, eine CSS-Datei, eine Index-Datei, Third-Party-Licenses.txt und ein Faith-Icon. Ähm, und alles andere wurde weg, rationalisiert dadurch sozusagen. Das heißt, das ist alles irgendwie verloren gegangen, weil halt TypeScript in JavaScript umgewandelt wurde und so weiter und so fort. Das ist alles automatisch passiert. So, das heißt, dieses ganze SRC-Gedöns hier ist alles jetzt schön und kompakt da, wo es sein soll, nämlich in dist. Und das ist auch wirklich jetzt der Ordner, den ihr auf euren Web-Server ziehen könnt und auch müsst, ähm, damit ihr, ähm, ja, die App sozusagen für die Öffentlichkeit zugänglich machen könnt. Okay, ähm, jetzt ist natürlich das Problem, ich zeige es euch einfach mal ganz kurz, wenn ich, ähm, hier meinen dist.ordner habe und diese index.html-Datei da einfach reinstecke, dann passiert gar nichts. Warum nicht? Wir schauen noch mal kurz nach und das sollte euch jetzt eigentlich auch relativ logisch vorkommen. Ähm, die CSS und die drei JavaScript und das Faith-Icon wurden halt einfach nicht gefunden. Warum nicht? Naja, ganz einfach, das liegt daran, dass wir keinen Server haben und, ähm, wenn wir keinen Server haben, dann versucht unser Browser einfach nur die Datei lokal sozusagen zu suchen. Ah, ich mache es nochmal kurz auf. Ähm, wo sind wir? Hier sind wir. Und wir sehen, hier ist dann eben Home, Morpheus und so weiter und so fort. Und das, was da steht, das ist auch für uns der Pfad, wo es nach diesen JavaScript-Dateien und so weiter sucht. Das heißt, das können wir so eigentlich nicht angucken, weil es weiß nicht, wo es die Dinger hier finden sollen. Das ist einfach nicht vorhanden. Das heißt, wir müssten hier in dieser index.html-Datei den absoluten Pfad angeben, also wirklich sagen, äh, hey, die Dateien liegen in Morpheus, Toots, Angular, Angular, Bonus, MyApp, Dist. Und dann könnt ihr es mit dem Deployen wieder vergessen. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir machen einen sehr, sehr einfachen Server, in dem wir hierher gehen und sagen, ähm, sudo, in dem müsst ihr sudo vorne dran geben, wenn ihr unter Windows seid, braucht ihr das nicht. Npm und dann installieren wir jetzt sozusagen eine Mini-Applikation, die uns Dateien hosten kann. Sozusagen das, was ng-serve immer gemacht hat. So, ähm, wir installieren also, install. Und das Ding heißt HTTP-Server und wir müssen "-g", hinten dran hängen, wie immer, weil wir es installieren wollen. Das einfach installieren, ist natürlich bei mir schon gemacht und dann habt ihr den HTTP-Server bei euch zur Verfügung, den ihr einfach mit HTTP, also Achtung, ihr müsst im richtigen Verzeichnis sein. Das heißt, wir schließen hier die Command-Line-Nummer und gehen hier wirklich her und wollen genau diesen Ordner im Terminal öffnen. Und dann sagen wir hier einfach HTTP-Server. Und das ist jetzt sozusagen der einfachste Server, den ihr euch so vorstellen könnt, der dann eben auch genau das tut, was ng-serve euch gemacht hat. Das könnt ihr auch auf dem Server machen, wenn ihr das wollt. Ich würde euch immer empfehlen, Docker zu benutzen, aber Docker wirklich effektiv zu verwenden, ist sogar nochmal wirklich eine eigene große Tutorial-Reihe hier wert. Und das wird natürlich bei mir kommen, aber es dauert und das wird nicht bei Angular dabei sein, weil es einfach überhaupt nichts damit zu tun hat. Okay, deswegen hier eben mit npm eine Variante, die wir auch schon eigentlich davor 100 Mal, also npm haben wir ja schon 100 Mal verwendet. Genau. So, und was wir jetzt machen können, ist, wir gehen hierher und ändern hier einfach den Localhost auf, jetzt muss ich kurz nachspiegeln, 8080. Also quasi das, was wir hier echt oftmals haben, 8080. So, und ihr seht, also ng-serve funktioniert natürlich nicht mehr, das läuft auch nicht mehr, wie ihr hier unten sehen könnt. Und hier haben wir 8080 und das Ding ist quasi unsere Tour of Chefs. Wenn wir jetzt allerdings hier was ändern dran, sagen wir mal, wir machen das wieder zu Tour of Heroes zurück, dann passiert hier natürlich exakt gar nichts. Selbst wenn ich neu lade, passiert nichts, denn wir haben die Build-Dateien, also die Dateien, die wirklich in unserer Produktiv-Umgebung, also unserem Server, der der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, liegen. Diese Dateien haben wir ja nicht mehr angefasst, dieses DIST hat sich einfach nicht verändert. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir die Änderung wieder auf dem Server haben wollen, müssen wir wieder ng-build, minus minus prod machen, dann kompiliert es uns wieder diese ganzen sehr, sehr kleinen Dateien, wir können gerne mal reingucken. Ihr seht, das ist sogar alles in einer Zeile drin, also wirklich diese unfassbar kleinen Dateien hier. Okay, ich habe nicht gesagt, sie sind klein, aber ich habe gesagt, sie sind minified, das heißt, man kann sie auch nicht mehr lesen. Und dann können wir eben hergehen und das wieder auf unseren Server laden und dann wieder diesen Server ausführen und dann sind die Änderungen erst da. Das ist sozusagen der riesige Unterschied zwischen Deployment und einfach nur starten, damit wir was testen können. Okay, cool, das war es von meiner Seite, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao.